Gebe ich dir noch ein gutes Gefühl, weil ich die ja gerne da haben möchte, so weißt du, wie ich meine? Ich gehe da nicht hin und sage, oh, ich muss den jetzt exposen, Digga. Naja, bisschen mehr kritisch gegenüber Talk-Gästen wäre interessanter. Ja, Bro, dann kannst du ja Steiger gucken. Steiger dich nicht rein, Vishu. Kaffee, ihr denn, man? Ich suche mir die Interviewgäste so raus, wie ich denke, dass das am besten ist, so. Meraki69 sagt, Bruder, ich studiere Medizin und bin der einzige Ungeimpfte und der Druck steigt. Was soll ich tun? Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. 103.000 Klicks auf das Kaffee-Video, Baba. Echt, der hat die 100.000 geknackt, wa? Geil, Digga. Schon lange her, wo ich das letzte Video hochgeladen habe, was mal wieder die 100.000 geknackt hat, so. Nice, Alter. Also für alle, die hier sind und auch supported haben, so, danke auf jeden Fall für euren Support. Ich küss euer Herz. Karub Twitch sagt, wie wäre es mit einem neuen Format wie Brücken bauen, in dem du auch Gäste einlädst, die nicht systemkritisch denken? Ich finde deinen neuen Comments Café gut, aber man sieht eine Tendenz, dass du nur systemkritische einlädst. Verliere dich nicht in dieser Zielgruppe. Ich küss dein Herz, Bro. Ich mache es so, wie ich fühle und wie ich denke, dass es zu dem Zeitpunkt, den wir hier gerade in Deutschland haben, richtig ist, Bro. So. Also danke für den Hinweis auf jeden Fall, aber lass das mal meinen Söckchen sein. Ich meine, ich suche mir die Interviewgäste so raus, wie ich denke, dass es am besten ist, so. Weißt du, und ich habe das Bedürfnis gehabt, genau mit diesen zwei Kandidaten zu quatschen. Und dann habe ich das auch gemacht. Was nicht heißt, dass ich jetzt nur noch Leute einlade, aber Bro, jeder hat ja sein Thema, weißt du. Und ich finde das Thema von Karsten extrem wichtig. Bei Belash war es auch ein eigenes Interesse, nochmal so in den Weg reinzuhören. Eigentlich ein Standardinterview, wie mit allen anderen Rap-Künstlern vorher auch so. Einfach ein generelles Interesse an der Person. Und ich habe gedacht, ich frage da nochmal ein bisschen rein. Und gerade, weil er auch ein bisschen Scheiße gefressen hat, ist es halt einfach interessant für mich persönlich. Ihr dürft nicht vergessen, ich mache die Talks eigentlich in erster Linie aus eigenem persönlichen Interesse. Und das teile ich dann aber einfach auch mit euch, weißt du. Naja, ein bisschen mehr kritisch gegenüber drinnen Talk-Gästen wäre interessanter. Ja, Bro, dann kannst du ja Steiger gucken oder, weißt du, wie ich meine so. Guck Steiger, Bro. Oder wer ist denn kritisch? Toxic, was weiß ich, Bro. Backspin-TV, guck die Sachen dann, weißt du, wie ich meine so. Ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und dann zur Aufgabe nimmt, irgendwie kritisch einem Gast gegenüber zu sein. Und ich, nochmal, ich gehe aus eigenem, generellem, eigenen Interesse an die Sache ran. Und lade Gäste ein, die ich gerne in meinem Café haben möchte. Und dann gebe ich denen auch ein gutes Gefühl, weil ich die ja gerne da haben möchte. So, weißt du, wie ich meine. Ich gehe da nicht hin und sage, oh, ich muss den jetzt exposen, Digga. Steiger dich nicht rein, Wischu. Disco-Dag sagt, du machst ja die Talks nicht wirklich mit Skript, oder? Also, dass du Themen so abarbeitest, sondern so wie der Flow ist. Ja, meistens nach dem Flow. Meistens nach dem Flow. Manchmal, also bei Carsten habe ich jetzt kein einziges Wort mir irgendwie aufgeschrieben vorher oder so, weil ich ganz genau wusste, was ich halt... Ey, genau, Eddie, Digga, ich habe noch gesehen. Eddie hat wieder einen Euro dagelassen, Bro. Faust auf die Realness, Digga. Ich küsse dein Herz. Auf jeden Fall habe ich bei Carsten eigentlich gar nichts vorbereitet, weil ich ganz genau wusste, nochmal einen Euro, oder was? Eddie. Skrrr, Leon is back, man. Wischu. Auf jeden Fall habe ich bei Carsten nicht wirklich was vorbereitet. Bei den meisten Gästen bereite ich auch nicht wirklich was vor, weil ich halt, wie gesagt, einfach die Leute schon länger verfolge und ein persönliches Interesse habe und dann einfach die Dinge anspreche, wo ich denke, so, da habe ich Bock drauf und dann halt auch nach Flow so gehe. Es ist ein... Es ist... Das Format ist so entstanden und es wird auch weiterhin so gehen. Weißt du, Kritik wird es immer geben. Das bin ich schon gewohnt. Von damals noch, so, weißt du, wird es immer geben. So, aber ich denke mal, ein Großteil von den Leuten, die das schauen, ich kriege das ja auch als Feedback, die feiern das so, wie es ist, das Format, und deswegen wird es auch genauso weiterlaufen, Digga. Kaffee, ihr denn, man? Weischu. Meraki69 sagt, Bruder, ich studiere Medizin und bin der einzige Ungeimpfte und der Druck steigt. Was soll ich tun? Was würdest du an meiner Stelle tun? Uff, boah, Digga, das ist eine harte Frage, Bro. Ihr kennt mich ja mittlerweile so. Was würdest du machen, Digga? Weißt du, wie ich meine so? Es gibt ja auch nicht viele Optionen, ne? Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, wenn ich eine Entscheidung für mich getroffen habe, dann ziehe ich die auch durch. Das kann ich nur dazu sagen. Mit allen Risiken, habt ihr ja auch schon mitbekommen. Weißt du so? Mit allem Hätte, Wäre, Wenn und Aber so. Ich ziehe das dann einfach durch. Ja, ist halt kacke, ne? Dein Studium und so, das aufs Spiel zu setzen, ist halt auch hart so, aber ich kann dir nicht genau sagen, was ich tun würde. Ich glaube, ich würde versuchen, mich mit Menschen zusammenzutun aus deinem Studiengang oder Menschen, die halt dasselbe studieren wie du, auch aus anderen Unis und so weiter und versuchen, mich irgendwie mit denen zusammenzutun und irgendwie auf euch aufmerksam zu machen, dass ihr keine schlechten Menschen seid, weil ihr euch nicht geimpft habt und dass ihr gerne weiterstudieren würdet, weil ihr anderen Menschen helfen wollt. Irgendwann später, wenn ihr dann wirklich Arzt seid und versuchen, da irgendwie, weißt du, irgendwas hinzubekommen mit gemeinsamer Kraft. Weil alleine ist es echt, glaube ich, schwer, wenn du auch noch nicht mal Reichweite hast oder so. Es ist eine schwere Situation und ich kann dir nur sagen, was ich denke, was ich machen würde. Aber was ich wirklich machen würde, würde man nur sehen, wenn ich in der Situation auch selber wäre. Aber ich glaube schon, dass ich versuchen würde, mich mit anderen zusammenzutun, vielleicht sogar Professoren zu finden. Ärzte zu finden, Leute aus deinem Bereich zu finden, die hinter dir stehen und dann könnt ihr auf euch aufmerksam machen, irgendwie, weißt du. Ja. So in dem Dreh. Martin, danke für die 150 Bits. Ich küsse dein Herz, Bro. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, man. Ja, Bruder, ich bin im letzten Jahr und habe dann umsonst sechs Jahre studiert. Keine Ahnung, denkst du, abbrechen ist eine Lösung? Ehrlich, Bro, Bruder, Digga, also ich, warum fragst du mich, Bruder? Frag deine Eltern, Digga, keine Ahnung, Bruder. Also zu dem, ähm, dazu will ich jetzt ungern Tipp abgeben, so. Weißt du, ich meine so, schwierig. Worum geht's eigentlich? Also, worum geht's denn dann? Warum darfst du denn nicht weiterstudieren? Ist das jetzt mittlerweile so, dass du nicht mehr da rein darfst oder was? Oder wie ist das, Digga? Bruder, egal welcher Gast und welche Themen, man hat immer Bock, komm ins Café zu gucken. Du bist talentierter Interviewer. Ich küsse dein Herz, Gilo, 131. Danke für das positive Feedback mal an der Stelle. Kamera Autofokus hat Urlaub. Ich schwiss dir, Digga. Ist in Mexiko geblieben, Bro. Ja, und überlegst du in den Osten zum Beispiel Sachsen zu ziehen? Wie gefällt dir der Osten generell? Äh, hab ich noch nicht überlegt, nee. Ich war erst einmal in Osten und zwar an der mecklenburgischen Seenplatte mit meinem Onkel damals, wo ich 10 war oder so. Da waren wir angeln. Auf süß. Keine Bits, Bro. Dubai Diamanten. Dubai it in, man. Danke für deine Worte. Gar kein Thema mehr, Raki. Ab nächstes Semester darf ich keine Kurse in Spitälern mehr besuchen, wenn ich mich nicht impfen lasse. Sprich, ich könnte nicht zu Ende studieren. Schwierige Situation. Ganz schwierige Situation, Bro. Ich wünsche dir und hoffe dir, dass du irgendwie eine Lösung findest für dich. Quatsch mit deinen Eltern, so Quatsch mit Leuten, zu denen du aufschaust, vielleicht sogar Medizinern oder so, weißt du? Es gibt immer Leute in deiner Umgebung, die dich fühlen werden, die dich verstehen werden und die dir Worte geben können, die dir helfen. Ich würde mich da auch auf Leute aus deinem Bereich konzentrieren, weil ihr seid nun mal Medizinstudenten, Mediziner, Ärzte und so. Ich glaube, da muss es definitiv Leute geben, die ein Verständnis für deine Situation haben. Und vielleicht kann man dich da irgendwie unterstützen, weißt du? Sag Bescheid, Bruder, wenn ich irgendwas für dich tun kann, so. Ne? Spiel Taylor Krankenhäuser, ich weiß, Bro. Alles cool. Komm aus der Schweiz. Schweiz it in, man. Ich habe so viele, ähm... Ich habe so viele Schweizer in meiner Community, das ist echt heftig. Jamboy sagt, gerade komm ins Café, durchgeschaut, sehr stark geworden. Carsten ist unser Abi, ganz genau, Bro. Carsten it in, man. Abi it out, man. Cool, danke, Leon. Wala, bester Mann. Kein Thema, Meraki. Bleib stark, Bro. Bleib stark. Wenn man überlegt, dieses Leben ist doch schon ein heftiger Joke, wa? Leider nicht, Bro. Leider ist es ernst, Bruder. Ist real life. Skrr. Den Punkt mit Fitness, bezahle ganze Zeit umsonst den Beitrag von Fitness her, Bruder. Ich fühle generell den Ausgrenzungs-Vibe nicht so, weißt du, wie ich meine? Dass eine Menschengruppe, weil sie sich nicht impfen lassen möchte, halt aus dem Leben ausgegrenzt wird, so. Und dass das alle, viele Leute mit einfach mit durchziehen, so. Das ist kein schönes Mindset, so. Ist keine schöne Situation, die gerade hier abgeht, so. Das fördert vor allen Dingen immer noch mehr Hass und Spaltung, was eh schon genug auf dieser Welt war. Weißt du, es war eh schon genug, Bro. Ausgrenzung, Missgunst, Neid, Rassismus, diese ganze Scheiße, war alles schon genug, Bro. Und wird jetzt noch intensiver durch so eine Steilvorlage für Menschen, die andere gerne ausgrenzen, so, weißt du. Ist geil. Fühle ich.